Ich will jetzt endlich mal wieder Traitor sein. Wollen wir doch alle. Ja, dann würd ihr mich random killen. Du bist Killer und Zeit für mich, du bist Killer und Zeit für mich. Du hast halt deswegen das Pech, weil du vorher die ganzen Leute random gekillt hast. Ich kann meinen Jerry's Mod grad nicht mehr eröffnen. Jerry's Mod. Ja, behal dich, du hast noch 25 Sekunden, dann geht die Runde los. Ich hab's aber grad minimiert und jetzt kann ich's. Alter, hier liegen außer zwei Smoke Granaten noch zwei Insiderate. Hört auf auf mich zu schießen, ist nicht cool, Jungs. Nicht cool. Nein! Ja, verpasst du halt eine Runde, du Kacken. Loll, was machst du denn? Ich suche nach ner Waffe. Ich suche nach ner Waffe. Ja, ich suche auch nach ner Waffe. Das Problem ist, auf dieser Map gibt's nicht gute Waffen. Welche Sniper hast du? Die normale. Ja, es ist Preparing-Phase. Ja, okay, gib mal. Wenn du sie nicht haben willst. Ich geb dir auch meine Idee. Wie lange noch Preparing? Nein! Na, langweiler. Ja, ich bin drauf! Nein, ich bin... Nein, ich bin Stauber. Ich hab ne Shotgun. Pechkopf, Nico. Ich hatte verraten, wo sie ist, aber du wolltest ja nicht tauschen. Nö, jetzt nicht mehr. Ja, gut, dann... Selbst schuld. Ich hab den gutes Angebot gemacht, du hast es ausgeschlagen. Pech. Du hast das Angebot der Familie ausgeschlagen. Luigi, du enttäuscht die Familie. Du kannst doch die Familie nicht so enttäuschen. Äh, genau das. Ich finde immer unter jedem Tisch Munition. Wieso, wieso guckst du mich an? Wah! Wah, hier gibt's nicht die Waffe. Ey, Alter, schockst du mich ran, oder was? Die Map ist so, Pepe. Man findet hier überall Munie, aber kaum Waffen. Ein unter dem Tisch. Überall unter dem Tisch. Als ob die Kirsche prädestiniert dafür sind. Na klar. Vorurteile. Wo würdest du deine Munie denn sonst aufbewahren? Gibt's überhaupt einen? Auf dem Tisch. Was? Nein, da kommen doch die Bullen und sehen das. Blacky, Blacky, lass Billiards spielen. Billiards, erkennt du ein Glas. Ich hab ne Diegel reingeworfen, die können wir hin und her. Alter, warte mal im Vorratsraum, wie viele Incidaries hier liegen. Lass mich zu Nico gehen, ich will Billiards spielen. Oh, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Pappy, wo ist der? Alter. Das ist Pappy? Guck dir das mal hier an, guck dir das mal hier an. Wo ist der? Incidary Zone Ende. Jaja, da liegt ne Menge Shit. Ich glaube ich nehm mir eine, aber danke für die Info. Du dann. Alter. Hast du die gerade angeschmissen? Nee, ich hab die weggeworfen, das war ne Discom. Jaa. Hey. Sorry, sorry, sorry. Denk dich mal dran auf mich zu schießen. Ah, wieso schmeißt du ne Granate auf mich? Ich smoke hier alles dick voll. Los, lass uns die Smoke-Ecke gehen. Echt jetzt? Nico, wo bist du? Ich war gerade beim Billiardtisch. Was los? Ich bin vom Billiardtisch weggegangen. Ich hab doch gesagt, ich komm. Ah, scheiße, schmeißt noch andere Granaten. Hörst du mal auf damit? Jetzt komm, lass uns Billiards spielen. Billiards spielen ist cool. Ah, scheiße, das brennt. Ah, bist du wahnsinnig, du Irrer. Du hässlicher, du dreckiger. Du Spass. Du elendiger. Es geht knapp mit euch. Der kann und mich töten. Dich angreifst. Dich angreifst. Nein. Wie kommst du? Das war nicht nett. Das war nett. Er war der Traitor, er durfte dich töten. Genauso wie ich ihn töten durfte. Stinker. Der wirft einfach Granaten um sich. So Nico, nächste Runde treffen wir uns aber Billiardt, ne? Ja, wir spielen dann alle mal Billiardt. Der Traitor macht für den T-Hier. Nee, das ist jetzt privat für Nico und für mich. Ja, das ist hier eine Beziehung. Nee, der Traitor soll auf den T-Hier ziehen. Ganz ehrlich, wie könnt ihr mich als Random Killer bezeichnen, wenn hier Nico incendiaries durch die Gegend wirft, ja? Ja, hier sind voll viele Granaten. Ja, das ist schon ziemlich scheiße, aber da beschwere ich mich auch immer drüber, also. Ist fair. Ist noch ne Granate. Ich beschwere mich nicht nur über dich, also würde ich sagen, ist fair, ne? Ah, hier brennt's! Durch die Wand! Hier hat schon wieder jemand einen Rauch geschmissen. Ich weiß nicht, wieso es brennt. Alter, ja, durch die Wand, ey. Das ist glaub ich das neu modisches Feuer. Schon wieder ne Granate? Oh cool. Ja, ganz viele Granaten. Wow. Ich hab wieder so nen Raum gefunden, wo ganz viele Granaten. Die Scheiben lassen sich nicht einschießen. Ein paar von denen schon. Du brauchst noch mehr Schüsseln. Das auch. Ein paar von denen aber schon. Okay, ich komm jetzt grad nicht raus aus da, wo ich bin, weil da Feuer hängt. Okay. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Aber ich bin Detektiv. Und ich find wieder keine Waffe, es ist so pissig. Ja, die Karte ist echt übel mit so was. Ja, toll. Mir gibt's halt hauftweise Pistols, aber sonst nicht. Hallo Kobi. Was soll das, Tiberius? Ich will mich belästigen. Bleib da drin! Nein, bleib da drin! Stopp! Ich spart' dich da jetzt rein. Okay. Alter, hier sind schon wieder die ganzen Incideries. Wo ist denn der Billardtisch? Ich bin grad nicht da, weil ich hab die Waffe noch nicht richtig gerne hätte. Ich hab, um ehrlich zu sein, noch überhaupt keine Waffe. Ist voll kacke. Ja, auch keine Türen, aber. Gesundheit. Gesundheit, raus damit. Ja, wir haben nochmal Gesundheit. Dankeschön. Kubei, du Rotze. Das klingt ja so dumm rum. Alter Peppy. Alter, demoliert nicht unseren Billardraum. Was? Ich find ihn nicht. Echt uncool, Leute. Das ist der Billardraum. Wo ist der Billardraum überhaupt? Ach, das ist der Billardraum. Das ist der, wo jetzt die Scheibe eingeschossen ist. Das ist der Billardraum. Ich hasse Billard. Ich mach dir mehr Löcher. Der Traitor hier ne Jihad loslassen. Ja, ja, das wär so lustig gewesen. Bitte, Nico, mach's. Nico, bitte. Ich bin Detective, du Mongo. Also lass es Billard spielen, Nico. Was ist los? Blacky, bitte, bitte. Es ist Peppy höchstwahrscheinlich. Es ist Peppy höchstwahrscheinlich. Nein, ich bin es wirklich nicht. Ich bin nur der... Alter! Kannst doch nicht einfach jemanden erschießen, auch wenn du Detective bist. Das geht nicht, man. Bubi ist es nicht. Nein, ich stell dir vor was. Oh, Black Laser ist es. Schau einer an. Was hat er für ne Bewaffnung? Keine Ahnung. Der Deagle? Ist er immer noch in dem... Ja, er ist gerade wieder reingegangen. Und er wirft Granaten davor. Nee, nee, das war ich. Das war ich nicht. Okay. Oh, nett. Ich versuch grad systematisch die Ausgänge ab, äh, äh, in dem Haus, äh, abzusichern. Okay. Mit Incidaries von außen. Die halten aber nicht lang. Ich weiß. Ja. Vielleicht nicht ganz so durchdaten. Irgendwo ne Waffe. Was ist das für ne Karte? War nicht hier irgendwo auf der Lagerraum? Eine, die jetzt zu meinem Advantage läuft. War doch irgendwo der Lagerraum. Ich weiß, aber muss ich wohl reingehen? Aha. Ja, das musst du wohl. Ah shit, das wär's gewesen jetzt. Ich hab dich getroffen. Hahaha. Ja, Pech. Macht nix. Peppy ist nämlich tot. Weiße. Nicht geil, wa? Nein, das ist nicht cool. Na los, na los. Ich kann hier ausharren, wenn du willst. Was kannst du? Ich kann hier ausharren. Okay. Das ist kein Problem. Oh mein Gott. Juuu. 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 KUBI! FUCK! Nein! KUBI! Nicht! Töte mich nicht! Ich hab Familie! Fuck you! Oh fuck yes! Mein Gott! Ich hab Familie! Fuck you! Und ich häng hier unten im Keller die ganze Zeit. Ich hab regelmäßig Incidaries in den Gang geschmissen. Und dann wird das Feuer angefacht. Du weißt, der läuft niemand durch. Oh, Respekt für den Pistolenfight aber. Ja. Und ich hab ne Shotgun gefunden gehabt. Was sagste Blacky? Ich hab dir ein paar Punkte gezogen. Ja, macht nix. Ich werd schon wieder Detektiv. Nö, 100... Ne, warte, 92 hab ich verloren. Ah, schlechte Runde. Ne, ne, 92. Das ist der Score nebendran. Ach der Score, der Score, der langweilt mich doch. Mir gehts ums Karma. Übrigens, ich bin immer noch Erster. Insofern... Karma verlierst du nur, wenn du jemanden angreifst, der deiner gleichen Gesinnung... Falsch. Karma verlierst du, wenn du jemanden angreifst, der innocent ist und du bist nicht der Traitor. Ja, oder als Traitor den Traitor tötest. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, und hier sind die ganzen Incidaries. Boah, es lag bei mir. Aber wenn du als Detektiv nen Innozenten erschießt, kriegst du auch Karmaverlust logischerweise. Ich stoppe das Leck. Ich glaube sogar mehr als du kriegst, wie wenn du als Innozenten nen Innozent Köpfe tötest. Ich bin Detektiv! Das ist gut! Oh nein! Uhrensohn! Ich machs wieder meine Incidaries, glaub ich. Ich bin quit mit Nico. 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 Ich bin schon wieder keine Waffe. Es ist zum Kotzen. Ah, ja, sorry Nico, ne? Hast du jetzt Nico umgebracht? Hallo Detektiv. Ich glaube, Bioto, der hat irgendeine Waffe. Ja, ich hab ne M16. Warum? Nein, ich bin's nicht. Warum? Weil die hier oben liegt. Warum? Keine Ahnung, weil die hier oben spawnt. Warum spawnt die da? Weil Blacklaser diese eingestellt hat. Also musst du Blacklaser töten. Was hab ich eingestellt? Warum machst du sowas, Blacky? Ich weiß nicht mal wovon der redet. Warum stellst du das ein? Was? Wieso spawnt die M16? Warum bist du so behindert, Kubi? Wieso? Warum? Warum? Was tust du? Warum sind wir hier? Wieder keine Waffe hier. Mir geht's voll scheiße. Verkaufst du doch rein in ein Fördermenü. Bitte? Ich kann doch nicht. Das laberst du. Doch, du kannst schon Blacklaser. Nee, kann ich nicht. Pallaber nicht. Doch, weil die anderen beiden tot sind. Und Kubi ist Detektiv. Ich buchstabier dir Innocent rückwärts, okay? T-N-E-C-O-N-N-I, okay? Das hast du bestimmt mal aufgeschrieben oder so. Gut, und jetzt jeden zweiten Buchstaben von vorne. Ja, bestimmt hab ich mir das aufgeschrieben. Jeden zweiten Buchstaben von vorne? Ja. Ich weiß nicht mal wie das funktioniert. Jeden zweiten Buchstaben von vorne. Warte. N-O-E-T-Alter! Du standst auf der Stelle. Nee, das war ADM. Aber wir hatten schon genügend RDMs hier, ne? Ich glaub da, da musste jeder mal an einem dran leiden. Am meisten ich grad eben, ne? Was war Kubi? Kubi, das war lausig. Als Detektiv-Arbeit. Auch wenn's richtig war. Happy, warum hast du nichts gesagt? Kubi, du bist lausig. Ich war die ganze Zeit im Keller und hab abwechselnd Smoke und Incidary in den Gang geschmissen. Why? Damit keiner zu mir kommt. Du bist so behindert. Oder hab ich meine Kamera wieder drin, indem ich Blacky gegrillt hab? Ich hab meins, aber ich hab meins nicht drin. Ich glaub ich mach das jetzt einfach nochmal, weil hier unten liegen regelmäßig Smoke und Incidary. Ich mach selbst Smoke! Ich will ihn erleben! Das ist so geil, der hat die Waffe hoch. Zünd dich nicht an, ist nicht geil.